gut gut okay wo bist du da wie ich wieder durch rennen ja ich sehe du gehst wieder dahin das heißt aber nicht dass die wieder da kommen doch sie waren ja schon zweimal dort alles gut so okay ich warte bis du bist du ich bin schon hier also okay okay so auf achtung warten war eine granate fallen das ist scheiße ich gehe vor wieder ich warte nur auf dich das macht sich dasselbe szenario achtung wenn sie dort wieder sind konrad achtung pass auf jetzt machen wir was kontinuierlich guck mal siehst du bist von jetzt gehst du hier rechts und guck schwarze sind und ich gehe links okay das ist eine tod ist dann haben wir gelitten ja aber ganz viele ich bin schon zu weit vorne scheiße so ich habe mein magazin gewechselt hast du ja ja der ist gerade hinter dem panzer ist er ich bin auch am panzer das heißt das warst du vielleicht habe ich auf dich geschossen ich bin jetzt hinter dem panzer hier ist niemand mehr achtung ich bin auf der anderen seite vom panzer also das war ich habe ich gesehen dass wir nicht dass wir nicht so ja achtung jetzt lauf ich parallel dazu ich habe hier ein paar der schießt auf mich so jemand ja ganz links dort wo ich war kommt daher dort wo ich war kommt er her rennt aber wieder weg so geradeaus und jetzt links also du musst gerade haus und dann links am haus ist er ich bin doch am haus verdammt weiter links dort wo ich gestorben bin aber brutal der hat auf mich geschossen hat sich sofort zurückgezogen der arsch das ist geile taktik ja genau genau dort geradeaus genau